Was bei mir den großen Unterschied ausgemacht hat, nämlich wie wir uns positionieren. Wie wir uns positionieren. Fangen wir mal lustig an. Ich habe etwas gelesen auf einer Brechtüte im Flieger. Ihr kennt das, wenn man da mal in so Turbulenzen kommt, greift man da vorne dieses Ding raus. Und dann steht da drauf, Eurowings fand ich ganz lustig, ich wäre auch lieber eine Popcorn-Tüte geworden. Ich wäre auch lieber eine Popcorn-Tüte geworden. Und ich glaube, das ist das Dilemma vieler Menschen, dass sie sich sagen, ich wäre auch lieber etwas anderes geworden. Manchmal ist es nur diffus, manchmal ist es sehr spezifisch, aber ich wäre gerne etwas anderes geworden. Und dieses Seminar handelt davon, dass du der wirst, der du sein willst. Dass du der wirst, der du sein willst. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, was die Fortsetzung ist von einem Hund namens Manni. Das ist Kira und der Kern des Donuts. Und dieser Donut, der ist das Symbol für dieses Seminar. Ihr kennt alle einen Donut. Sonst male ich ihn mal. So, dann ist außen dieser Ring und innen. Was ist das, was da innen ist? Wie nennen wir das? Das ist unser Wesen, unser Kern, unsere Werte, unsere Talente, das, was wir lieben, unsere Leidenschaften, unsere Fehler, unsere Schwächen. All das ist der unsichtbare Kern innen im Donut. Und du hast dich deinem Lebenssinn weiter angenähert oder ihn gefunden. Du weißt, wer du bist. Und das Problem ist, wenn du das weißt, ist es wie dieser Donut. Das ist der unsichtbare Kern. In dem Kinderbuch geht es darum, dass eine weise Frau zu der Kira sagt, was passiert denn, wenn du den Ring wegnimmst? Und der Ring, der um das Loch drumherum ist, sagt das Mädchen, ja, dann ist nur noch das Loch übrig. Und dann denkt sie nach und sagt, nee, stimmt ja, wenn der Ring weg ist, sehe ich ja das Loch gar nicht. Das Problem ist, wenn wir das außen herum nicht haben, dann sieht man unseren Kern nicht. Dann sieht man unsere Werte nicht. So wie es im Mut zum Glücklichsein darum ging, den inneren Kern festzulegen, uns klar zu werden, wer wir wirklich sind, was wir können, was die Welt von uns erwarten und hören kann, sehen kann, geht es in diesem Seminar darum, wie wir das Ganze jetzt sichtbar machen. Wie du sichtbar machst, was in dir ist, dein Talent, deine Leidenschaft, den Sinn, dass die Welt einen Nutzen davon hat. Das bedeutet viele Dinge. Das bedeutet, dass du mehr Zeit hast, wenn du dich positioniert hast. Dass du mehr Einkommen hast. Viel mehr. Unser Versprechen ist, wenn du mit Positionierung arbeitest, so wie wir das sagen, wirst du in drei Jahren mindestens 300 Prozent mehr verdienen. Achtung, nicht, weil du jetzt das Seminar erlebst und in drei Jahren ist es dann passiert, sondern weil du das erarbeitest und du bekommst den genauen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du das machst. Dann wirst du ein erfüllteres Leben haben mit Positionierung, weil du das, was in diesem unsichtbaren Kern hast, erlebst, wie du es nach außen bringen kannst. Ein Leben voller Sinn. Du hast mehr Selbstvertrauen, du stiftest mehr Nutzen und du ziehst auch Kunden an. Du hast mehr Selbstvertrauen, du hast mehr Nutzen, 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 du hast mehr Nut